hallo zusammen und willkommen auf meinem kanal ich habe hier die nagelschickbox bekommen die habe ich im abo 12 monats abo die gelbox wie immer die wunderschöne karte dann war dabei das ist der monat juli einmal oberlen kann zu sehen den regenbogenfarben dann war dabei dann war dabei raps mit schwarzen palmen und weißen palmen dann waren dabei steinchen außer in rainbow glitzer art gehalten dann ein flamingo glitzer dann ist dabei wunderschöne kleine delphine holodelfine und wie ich mich kenne die natürlich zu kommt davon wenn man nicht aufpasst aber kein problem machen wir machen dies auf ich hoffe es ist eine holodelfine wir haben ein neon pigment ein color pop natürlich dabei darf ja nicht fehlen und hier das farbgel einmal 6 on the beach steht drauf die farbe habe ich ja schon gesehen soll sehr sehr schön sein und dann nehmen wir die zipfel und eine wunderschöne farbe ich bin gespannt was man alles damit machen kann ja das war einmal die nageljigbox die präsentation von der nageljigbox was drin ist dann tragen wir mal zusammen die farbe auf ich muss euch mal einen pinsel rausholen abstreifen dass es auch funktioniert na muss ja keine farbe verschwenden das könnt ihr sehen jetzt tragen wir die farbe mal auf die ist so schön die farbe da kann man sich echt die ist eine echte sommerfarbe also das summer jump motor stimmt eine richtige sommerfarbe wirklich wunderschön jetzt tun wir es kurz anhärten dann machen wir die zweite schicht drauf was wir noch was ich noch mit den farben kreieren mit der farbe alles kreieren oder mit dem inhalt von der nageljigbox weiß ich noch nicht ich habe schon eine idee warte denke ich das werde ich die tage machen wohlgemerkt ist meine eigene monatliche bestellung wie am anfang gesagt ich habe ein monatsabo abgeschlossen ab februar habe ich sie abgeschlossen und ich muss sagen sind immer so tolle sachen dabei da kann ich nur sagen danke maya für deine kreativität dass du dir gedanken machst wirklich wunder wunderschön dass sie sowas für uns rausgesucht hat das hört einmal jetzt mal aus so als sowas gab es ja noch nicht nur beautyboxen für schminke also ja schminke oder cremes aber jetzt direkt für nägel gab es sowas noch nicht da muss ich sagen da hat maya wirklich eine wunderbare idee gehabt ja vielleicht ganz auf eine idee komme ich jetzt nicht aber ich werde mal überlegen was man alles damit machen kann wie gesagt da ist der holostripe in gelb pink orange immer der die schönen holodelfine das pigment die steinchen der wrap kann man das überhaupt alles sehen so hier noch ja die overlays und dann kommt natürlich die farbe noch dazu die stecke ich da hinten dran und die farbe ist einfach nur toll was ich mit den sachen noch zaubern werde weiß ich noch nicht da werde ich euch denke ich teilhaben lassen vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss